Musik Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Kingdom Hearts Dann äh wollen wir mal Es geht los Wohin auch immer Aber Ah ja okay dann Tja Nein nicht mehr Tja Jetzt öffne dein Herz Zerrindere es zu der Schmerz 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 Der Kampf gegen sie Nein nicht schon wieder Und dann Amps up! Under! Heel! Tunnel! Goofy! Ja, Art E-Official! Mine's here! Here! Thunder! Come on! Come on! Mine's here! Come on! Mine's here! Heel! Goofy! Sei doch nicht so stark! Nein! Ich hätt mal Gruppen heilen sollen, machen sollen. Ich hätt's mal machen sollen. Warte... Ähm... Ne, warte... Items, ne? Wir haben hier zwar viel, aber Donald und Dings haben halt... Okay, das Biest! Warte, äh... Tauschen! Ähm... Doch, hier! Hier! Okay, warte, tauschen! Okay, warte, tauschen! So... Jetzt muss ich mal kurz gucken... Jetzt muss ich mal kurz gucken... Ähm... Ja... Ich glaub, das sollte ich tatsächlich machen... Ich glaub, das sollte ich tatsächlich machen... Die Potion da rausnehmen... Aber ansonsten... Aber ansonsten... Jaja... Okay... Ja, gut... Müssen wir mal gucken... Ja... Warte mal speichern... Weil... Schwach sind wir nicht... Ist halt nur echt heavy, ne? Dit is heavy... Heavy rain... Guck mal... So... So und so nicht... Ach... Ja, ich weiß... Wissen wir... Kennen wir... Hatten wir schon... Tim. Wir brauchen Sex und die SauKaut... Nein... Macht doch das nicht... Mach doch nicht! EASY! NICE! Ok, dann haben wir ihn. Falsch. Ha! Thunder! Thunder! Fire! Thunder! Nein! Ich wollte heilen und nicht... Ich wollte auch heilen und nicht Blitz machen. Ich habe auf 4 gedrückt und dann auf X Welle. Aber das Viereck hat er nicht... Oh, ich könnte kotzen. Ja, ich weiß. Das hat er doch nicht akzeptiert. Was? Jetzt mal auf X machen soll, ne? Was? Nein! 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 Weck da! Weck da, weck da, weck da! Ach komm! Wirklich? Nein, das muss ich gar nicht gucken. Ja, äh... Ne? Dir! Apezaion, ich sollte nämlich die Blitzersetter. tolden Sie, V grindungen zu predigen. Wenn Sie keinen pontos konsekven müssen! Und sie ply hoch. Ich verstehe das jetzt gerade da nicht. Nein! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Spiel? Ernsthaft? Ich drück 50.000 mal heil die Gruppe, der heilt erst nur sich selbst und dann fällt auch noch. Alter! Und dann habe ich auch noch dieses blöde Perk, was mir nichts bringt, weil es... Mein Hai irgendwie auch gehalten werden kann. Ist das Perk drin? Glaube ich doch. Glaube ich doch. Ne? Aber ne? Guck ich gar nicht. So, warte mal. Ich habe das doch ausgerüstet. Ich habe doch extra andere Sachen dafür rausgenommen. Hier. Feinde können nicht mehr wirken, von Vitra nicht unterbrechen. Lass mich raten, Vitra zählt nicht. Zählt wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dann... Dann mache ich wieder hier Dings rein, ne? Was hatte ich noch drinne? Ja. Egal. Dann, ähm... Da muss ich doch wohl noch mal ein bisschen hier... Ja, aber nicht gegen euch. Nicht gegen euch. Ach, ihr seid nicht mehr da? Wenn ich euch besiegt habe? Oder wie? Hallo? Ach komm, wirklich? Okay. Au! Ist sie wieder unten? Au! Ha! 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 Come on! Ha! Ha! Sind wir nicht eh wieder da? Ha! 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 Ich muss halt ein bisschen bleiben, ein bisschen fahren, wieder, das bringt ja nichts. Vielleicht auch mal wieder ein bisschen Gelbfarm. Ich glaube, wir könnten mal wieder bessere Sachen losverbrauchen. Ich muss aber gleich mal gucken, welche Ausrüstung die überhaupt tragen, wie effizient die ist. Warte, das mache ich mal kurz. So. Genau, warte mal. Maximum LP und Angriffskraft. Abwehrkraft und... Ja, LP und Abwehrkraft. Haben wir hier denn was? LP und Angriffskraft. Angriffskraft und Abwehrkraft wäre ja auch gut. Hm. Ne, ist alles nicht so gut, ne? Aber hier könnte ich machen. Warte, hier war doch irgendwie was. Hier. Eingriffs- und Abwehrkraft steigen. Dann war das hier statt nur der Abwehrkraft. Ja. Das ist natürlich doof. Was war denn da? Ja. Alle Feuer, Eis, Blitzschäden, 20% und Maximum AP. Okay. Hm. Das wäre natürlich super, aber... Ne? Komm. Ja. Ist mir bewusst. Ich möchte es trotzdem gerne. Ist jetzt das, ne? Oder? Warte, kann ich doch so gucken. Ne. Hä? Das wollte ich doch haben. Ach so. Das ist AP. Oh, sorry. Ah, da war ja was. Ähm. Okay. Ich müsste was ablegen. Warum eigentlich? Die hat doch noch zwei übrig. Wahrscheinlich, weil es mehr als zwei abzieht, ne? Ähm. Wie viel muss ich denn ablegen? Warte mal. Weißt du was? Vita brauchen wir eh nicht. Warte, dann... packe ich Charmeur mal wieder rein. Aber Vita brauchen wir eh nicht, weil, äh... Wir haben ja gelernt, früher haben wir auch mal gar nichts, ne? So. Ah, einer zu wenig für Kräutershots. Okay, gut. Das kann ich verstehen. Dann nehme ich mal Schamane mit rein. Ich könnte auch mal rufen, ne? Das wäre natürlich auch, äh... Ein Hint. Wie jetzt? Ich muss sie erst speichern. Kommt ihr dann wieder. Dann mache ich das dann gut. Natürlich. Außer die. Die sind immer da. Wahrscheinlich waren sie von eben noch da. Ja, du darfst ruhig. So. Hier, komm mal rüber. Komm mal rüber. Komm. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Oh, danke. Die sind immer noch hier, ne? Na, egal. Die sind auch nicht da, ne? Ja, gut. Dann muss ich wahrscheinlich... ... kurz speichern. Damit die wieder geladen werden. Damit die wieder geladen werden. So. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht... Ich will ja nur kurz die Theorie über. Ob das, ne? Ne Möglichkeit ist, Gegner zu farmen. Nein, das ist nicht. Schade. Ich hatte gedacht. Ich hatte gedacht. Dass man da irgendwie dann die Möglichkeit hat, Gegner zu farmen. Ich war sehr nervig. Zu denken, es würde klappen. Ja. Ja, weil... ähm... ja. Gut, dann muss ich das anders machen. Ich mein, wir sind hier ja nicht gekommen. Ja. Oder? Wenn er jederzeit nach Trubberstown zurück... Oh, danke. So, ne? Das war ein bisschen spät, aber... Naja. Besser Spiel als nie, ne? Okay. Weil dann würde ich mich gerne, äh... Ne? Mal gucken. Oh, dass wir von ihm möglich noch bekommen können. Au! Okay. Ich hab's ja gar nicht genutzt, dass der abgehauen ist. Ähm... warte mal. Wo ist denn der Eingabe? Ach, die sind jetzt hier. Egal. Da war ja was. Hier! Hier! Ha! Hu-gah! Hu-gah! Gah! Hu-gah! 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 Jaaa... Jaaa... Okay, warte... Musst du das doch anders machen? Dann ist das doch besser anders... Ne, so bin ich nicht schneller, ne? So, jetzt sind wir ja hier. Obwohl, wenn ich... hätte ich auch hier runter springen können, ne? Moment. Ne, hier ist es nicht. Ich werde mein Verderben fallen. Ähm... Oder auch nicht. Ist doch der... Ne, hier ist nicht der Eingang, ne? Warte mal. Bin ich jetzt rausgekommen? Ich verirre mich noch. Warte, dann bin ich selber schuld. Ach, ich bin hier. Warte mal. Wenn ich hier bin? Ne, ist da oben, ne? Oder? Ne, warte mal hier. Warte, 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 warte. Geht nicht? Doch, geht. Okay. Ähm... Warte mal. Ach, da vorne. Entschuldigung. Ich muss hier halt ja doch bekämpfen. Ich muss hier halt ja doch bekämpfen. Ich habe schon Eingang gesammelt, ne? Wahrscheinlich. Ich habe es nicht gesehen. Ach, boah. Ne, egal. Du brauchst ja auch. Ich muss da eigentlich mal nachgucken, welche Triotex-Einsen ich habe. Wie hier wäre interessant für andere Welten. Mal so. Wobei dann vielleicht auch mal Dinge kämen, die, äh... nützlich wären. Naja. Genau, da unten müssen wir hin. So, wäre ich wahrscheinlich auch da oben reingekommen, aber so haben wir wenigstens nochmal ein paar Gegner mitgenommen. Ähm... Ich kann doch erstmal hier hin. Erstmal. Ja. Trapp ist Mitte, ne? Okay. Okay. So. Ähm... Ich würde erstmal... Ah, hätte ich auch bei ihm gleich reingehen können. Egal. Erstmal... Ich habe mir dann doch überlegt... Hier, äh, äh... Ne? Mori. Mori Shop hier. Warte. Warte, das war er hier, ne? Genau. Warte. Ähm... Jetzt muss ich gucken, was ich überhaupt machen kann. Nichts. Das hat sich ja gelohnt. Das hat sich ja voll gelohnt. Das hat sich ja voll gelohnt. Ah... So was. Ja, aber das brauchen wir nicht, ne? Weil wir haben was, was alles macht. Ja, nee, auch nicht. Genau, wir haben sowas hier. Sowas in der Art. Verkaufen will ich die auch ungern. Hm. Na gut, dann gehen wir halt hier zu Tick, Trick und Track, ne? Moin. Ja. So. Den haben wir mal. Den haben wir. Den haben wir noch nicht. Ruhe. Ich hoffe, das ist nicht so teuer. Okay. Aber dafür haben wir jetzt alle, ne? Ah, den hatten wir schon. Verdammt. Sorry, hab ich nicht gesehen. Äh... Truhe. Guck mal, was denn? Hm. Hier. Jetzt sind wir natürlich nicht annähernd wieder zurück, ne? Ja, gar nicht. Dass ich da jetzt nicht drauf geachtet hab. Aber den haben wir wirklich noch nicht. Doch, den haben wir auch. Warte, den haben wir? Wir haben schon alle. Okay. Warte mal. So. Ja, 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 ja. Ja. Okay. Okay. Okay, dann haben wir ja schon alle. Ähm. Oh, das ist halt alles so ein bisschen useless, ne? Okay. Okay. Okay, dann haben wir ja schon alle. Dann sind wir ja schon gut ausgerüstet. Ehrmerlich. Okay. 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 ELLA Okay, ja, 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 ja. Okay. Wie gesagt, hier sind ein paar Gegner, die wir noch mal mitnehmen können. Ja. Da können wir jetzt ein bisschen was mitnehmen, wenn die Gegner hier nervig sind. Teilweise. Hier nicht so ein pinkes... Ja. Okay. Okay. Ach Gott, wirklich? Ich habe schon erwähnt, dass sie absolut nervig wohnen. Das sie gar nicht so viel Leben haben. Okay. Oh, naja. κι, ach Lords. Oh, naja. Oh, naja. Ah, ha. Oh, naja. Oh, naja. Ah, ha. Ach, die haben so ein Ding. Ich sehe jetzt eher so, äh... Schneider. Ja, ich geh mal, ne? Ah, das ist nicht nervig. Ich bin weg. Die sind so nervig. Hör mal an die über die hier. Wenn die gleich wieder da sind. Nee. Gecleart. Nur noch die Nervigen geprüft. Na. Na dann. Warte mal, ich wollte ja mal gucken. Ich wollte ja mal gucken. Ähm. Ja. Warte. Können wir auch mal wegmachen? Oh, warte mal. Oh. Oh. Okay. Haben wir. Oh. Können wir uns noch durchlesen? Wenn wir mehr haben. Ne. Ich glaube, dann ergeben die auch mehr Sinn. Okay. Okay. Da unten. gibt's natürlich noch nicht ein Bild von Ansem, weil man noch nicht weiß, wer er ist. Also ja, man kennt die Geschichte. Und weiß, wer Ansem ist. Ne? Aber gut. Abu ist jämmerlich, äh, im Sand, äh, verreckt. Wollte ich nur mal gesagt haben. An Dings haben sie rausgeholt, äh, und, aber Agu nicht. Ne? Was ich nur mal gesagt haben. Er ist untergegangen. Ich hab's gesehen. Meerschaum und Abschaum, ey. Äh, da muss man, wenn man so heißt, da braucht man auch niemanden mehr, ey. Meerschaum geht, ja, aber Abschaum? Nein. Brauchst du auch niemanden. So. Welche haben wir noch? Nase weiß. Okay. Snee. Stimmt, die haben wir ja auch noch. Okay. Na, okay. Hier haben auch immer so komische Namen, ne? Dabei wollte ich doch nur mal gucken, äh, ne, wegen Dings. Ach, haben wir ja noch gar nicht. Ah, okay. Wir sind gleich durch. Da bin ich sicher. So viele Seiten sind das nicht mehr. Ein paar haben wir ja schon gesehen. Also, ne, hier auch im Minima nicht. Siehste. Ah, da sind die Triotechs. Warte. Nein, ich wollte nicht zurückgehen. Ich wollte auch drücken. Äh, wir haben jetzt Blau, Rot, Grün und Weiß. Weiß haben wir auch. Okay, das ist interessant mit dem Weißen. Dann, ähm, würde ich gerne, ich weiß, wie ich es gebrauchen kann, zum Beispiel in Agrabah. Warte mal, hier war auch was, ne? Ich würde mal die Nummer abschieben. Obwohl, hier war auch gelb, aber das ist nicht so schlimm. Ich meine aber, hier war auch Weiß. Ja. Das drin war gelb, aber hier ist Weiß. Oh, warte mal. Nein, äh, da. Äh, Thanatos stirbt. Ähm, ja klar. Warte mal, haben wir hier auch was Besseres? Ne, wir haben das Beste, was es geben kann. Okay. Kriegen wir aber bestimmt auch noch. Okay. Dann haben wir das schon mal. Will ich tatsächlich hier nochmal hinwarten? Da war nämlich, glaube ich, auch noch was. Ja. Kaninchenbau. Waren wir ewig nicht mehr. Oh, das haben wir auch nicht gemacht. Okay. Ja, vielleicht einmal doch die grüne von anderen. Ah, ne, die blaue, ne? Naja. Wunderzimmer. So, hier war doch auch irgendwo noch was. Äh. Ähm. Ja gut. Ja gut. Waren wir mal schrumpfen? Ach ja, das war so klar. Naja. Ich nehm die gerne mit. Ob das Geld und so. Okay, warte mal. Da war noch eine drinnen. Nein. Ich wollte mich verarschen vor Katastrophen und so machen. Ihr könnt ja gerne kämpfen, aber, äh, bitte, äh, wenn ich was machen will, dann nicht. So, darf ich jetzt? Dankeschön. Dankeschön. Ach, dann wirklich? Wie sie sich halt jetzt trauen, ne? Okay, aber ich mein, hier war noch was. Ich hoffe nur nicht gelb. Äh, warte. Hier nicht. Ja, dabei war's. Wäre das auch so gut. Ich guck mich mal ein bisschen oben. Hier war das nicht. Nein! Nicht! Nicht runterfallen. Ich komm da gar nicht wieder zurück. Ärgerisch. Ich hatte gedacht, ich komm wieder zurück, aber guck. Dann halt so. Hier ist nichts. Nur für den Fall. Warte mal, hier hinten war doch noch was. Ah ja, die beiden. Die sind ja immer noch da drin. Wie kann ich die denn befreien? Die sind doch da nicht drü- Äh, da nicht drü- Die sind doch da drinnen. Da müssen wir noch dran, da oben. Da bin ich hoch, ne? Da müssen wir auch noch dran. Ist hier nicht ein Dings? Warte. Triotech ist hier auch nicht. Warte kurz. Ich lass mich doch mal kurz hier umgucken. Nee. Jetzt kommen wir zum Herz-Tribunal. Ist auch wieder nicht das, wo ich hinwollte. Falsche Richtung, Junge. Naja. Egal. Hier komm ich. So, wie kann ich raus? Ach, das war hier. Sorry. Aufsache, ich muss auch irgendwie in den Garten kommen. Warte. Kann natürlich sein, dass ich da noch mehr für brauche. Warte mal. Wo ist der Autobus? Die ganzen Hecken sind voll. Wie komm ich denn da hoch? Warte, fällt mir da von irgendwo runter? Nee, ne? Nee. Dann muss ich die befreien. Erst. Die Armen. Tut mir voll leid. Ich seh grad auch nichts, wo ich die mit rausholen könnte, ne? Und die lassen mich ja noch nicht mal da hoch. Ich mach mal eigentlich mal ein Wach... Ja, Wachwort. Da müsste man mal ein Machtwort reden. Aussprechen. Nee, da komm ich nicht hoch, ne? Ähm, dann würd ich mal sagen... Die sach ich mal. Müssen wir nochmal hier gucken, aber... Nee, ne? So. Ich dachte, hier war irgendwo noch eine Weiße. Nee, hier ist auch nichts, ne? Nee. Okay, dann geh ich erst mal. Dann merke ich mir vor, dass da noch was ist, aber dass ich da noch nicht angekommen bin. Warte mal, war da vielleicht noch was? Hm. Außer ein glattes Buch? Warte mal, oben war doch was, aber die bin ich noch nie gekommen. Ah ja, woanders, ne? Egal. Ich muss ja eh nochmal wiederkommen. Okay. Dann let's go. Dann erst mal... Das war so klar. Naja, ne, ich bin nochmal mit. Ähm... Ähm... Au. Danke. Cool. War... Nicht geplant, aber gut, dann nehmen wir das mal mit. Ich sage, ich auch noch mal hin. Da war vielleicht auch noch mal was. Bin mir nicht sicher, aber... Äh... Zelt erst mal, ne? Da bei den Zelten. Genau. Moin! Ah, hier ist der Ausgang. Oh, ich muss erst mal nach der Zeit gucken. Einen Moment. Juhu, das reicht erst mal für ein paar. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye! I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not? I've been having these weird thoughts lately. Deine ich потер. Chie, ich bin... Dassel Sie nichts dabei sein können. Chie, ich bin mir da. Tschüss, ja. Oh, das ist mir da. Donder ist mir da. Ja, ich bin mir da. Oh, das äraac. Ich bin mir da. Ich bin mir da. You're giving me so many things like me You're all I need, oh, you smile at me I'm sad, I'm sad, I'm sad Don't get me when I love you, what does that mean? You're happy, you bother when you're alone You understand what I meant when you're sad I don't think life is quite that easy When you walk away, you don't hear me say Please, oh baby, don't go So long and please don't wait I'm gonna make anything tonight It's hard to let go Hold me, whatever I feel This morning is a little bit late Regardless of what it is The future doesn't scare me at all Nothing's like me for Hold me, whatever I feel this morning It's a little bit late Regardless of what it is The future doesn't scare me at all Nothing's like me for It's a little bit late This morning is going to set my unfinished Untertitelung des ZDF für funk, 2017